Musik Hafen Endstelle Ausstieg in Fahrtrichtung links Schützenstraße Sehr geehrte Fahrgäste In den Stadtbahnanlagen sowie in den Fahrzeugen von DSW 21 besteht die Pflicht eine medizinische Maske zu tragen Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Leopoldstraße Umsteigemöglichkeit zur Stadtbahnlinie U41 in Richtung Brambauer Ausstieg in Fahrtrichtung links Dortmund Hauptbahnhof Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie zu den Zügen des Regional- und Fernverkehrs sowie zu den Buslinien Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Kampstraße Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U43 und U44 Umsteigemöglichkeit zu den Stadtbahnlinien U42 und U46 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Dortmund Stadthaus Umsteigemöglichkeit zur S-Bahnlinie S4 Ausstieg in Fahrtrichtung links Markgrafenstraße Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Westfalenpark Ausstieg in Fahrtrichtung rechts Rombergpark Rombergpark Botanischer Garten Rombergpark sowie Johanniter Klinik am Rombergpark Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 440 in Richtung Hürde und Barob An den oberirdischen Haltestellen hält die Stadtbahn nur nach Betätigung der Haltewunschtaste Ausstieg in Fahrtrichtung links Hachenei Zoo Endstelle Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien in Richtung Wellinghofen Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung Ausstieg in Fahrtrichtung